So, sieht man mich? Ich glaub schon. Wie sieht's aus bei den Zähnen? So was sieht? Das ist bei mir Farben schon. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll. Glänzt nicht arg? Okay. Okay, jetzt muss ich alles zurechtschneiden. Ich trau mich nicht, ich weiß sowas von nicht, was ich sagen soll. Passt das so? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Das ist heute mein erstes Video und ich bin schon ziemlich gespannt, wie das bei euch ankommt. Seit Monaten spiele ich schon mit dem Gedanken, endlich mal auf YouTube Videos hochzuladen. Zu dieser YouTube Community eventuell dazuzugehören, weil ich das ziemlich interessant finde. Ich muss sagen, ich habe YouTube neu für mich entdeckt. Heute drehe ich mein erstes Video und ich hoffe, es gefällt euch. Ich spiele schon lange mit dem Gedanken, endlich mal ein Video auf YouTube hochzuladen. Aber wie das immer so ist, man traut sich einfach nicht. Ich bin aber beim Projekt Trau dir was zu mit dabei. Und deswegen dachte ich mir, ich traue mir jetzt mal was zu. Ich habe mir extra meine Spiegelreflexkamera gekauft. Ich habe mir, so blöd klingt, tatsächlich ein YouTube Buch gekauft, um mich da einzulesen, auf was man achten muss, was wichtig ist, was vielleicht weniger wichtig ist oder worauf man allgemein achten sollte. Und ich dachte mir, ich traue mich jetzt einfach mal. Ich wünsche euch viel Spaß auf meinem Kanal. Ich hoffe, es kommen noch viele, viele Videos, die euch gefallen werden, die ich produzieren werde. Kann zwar ein bisschen dauern, denke ich mal, weil ich natürlich berufstätig bin und das Ganze nebenbei hobbymäßig mache. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich mit offenen Armen empfangen werde. Viel Spaß und tschüss! Oh Gott!